Guten Morgen Kollege, aufgrund eines Anfahrschadens an einer Bahnbrücke über die R5 zwischen Frankfurt-Rödelheim und Oberorsel ist die S5 seit Februar letztes Jahres unterbrochen. Die Brücke ist wegen der Bauarbeiten zwischen Oberorsel und Rödelheim nur eingleisig befahrbar und die S5 verkehrt daher nur im 30-Minuten-Takt. Die S5 wurde daher aufgeteilt in eine S5 Friedrichsdorf nach Oberorsel und eine S5 Oberorsel nach Rödelheim, wo dein Anschluss zur S3 und S4 Richtung City besteht. Du fährst also nun am frühen Morgen um kurz vor 5 Uhr den zweiten Pendelzug des Tages von Rödelheim nach Oberorsel und zurück. Mache deine 423 soweit fahrbereit und gebe die Türen frei. Los geht es dann um 5 Uhr 57 PS. Bitte beachte, der hier dargestellte Pendelverkehr ist teil fiktiv und entspricht nicht zu 100% dem, wie er in der Realität auf dem Abschnitt-Ast durchgeführt wird. Gute Fahrt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Simulator Classic. Wir befinden uns heute auf der Strecke S-Bahn Rhein-Main und fahren heute das Szenario von Train FW mit dem Namen Beschädigte Brücke. Ein Szenario, was es schon seit letztes Jahr gibt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, dann steigen wir mal ein mit der schönen 425. Ich muss mal ganz kurz meine Kamera zurück machen. So, gut, Steuerungsschrift T, dann T für Türen öffnen. Dann brauchen wir mal BZB und Sifa, Instrumentenbeleuchtung und Licht. Und wir sind fertig. S6 nach Frankfurt Süd? Nee. Die S5 nach Frankfurt-Rudelheim. Äh, Frankfurt-Rudelheim. Was war das? Hier, Frankfurt-Rudelheim. S5. So, Fahrtächtungsmöglichkeiten haben wir auch noch vorne. Fahrgäste haben auch Licht. Das ist sympathisch. So. Ja, heute mal wieder schön Baureihe 423. Auf der Strecke S-Bahn-Rhein-Main. Auch eine sehr schöne Strecke, wie ich finde. Und wir fahren heute mit der schönen 423, die ich persönlich deutlich besser im Train-Simulator finde, als im Susi. Sowie auch in TSW. Meiner Meinung nach. Super Sound. Super Führerstand. Ich kann da echt nicht meckern. Mir gefällt die hier deutlich besser. Ist meine Meinung. Und, ähm, ja. Jetzt darf ich nur das Szenario nicht verkacken. Bei S-Bahn. Na gut. Wir müssen halt wieder pünktlich in Rödelheim zurück sein. Ja. Wir starten ja nicht. Wir sind ja in Rödelheim. So. Einmal die ZZA verkackt. Ich fange nur noch ein bisschen nach Oberorsel. So. Ich muss mal kurz meine Maus anschließen. Akku ist leer. Das ist perfekt in einer Aufnahme. Oh, Leute. Oh, Leute. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Matrix gerade total falsch eingestellt. Aber egal. Wer guckt denn schon drauf, ne? Wer guckt denn schon drauf? Ich muss halt nur die Ansage anhören. Da wird es, denke ich mal, angesprochen. Na, wobei auch nicht. Egal. Sagen wir einfach, ZZA ist kaputt. Wahrscheinlich war ich immer da total lost, dass das mit der S6 schon stimmte. Aber eigentlich, ach, egal. Jetzt darf ich mich hier nur nicht verbremsen, weil wir fahren ja Doppeltraktion. Wobei, die Bremsen sind ja eigentlich ziemlich sympathisch. Ziemlich sympathisch eigentlich. So, nächste Halt ist dann Steinbach. So, wo viele FPS-Werte? Oh, läuft. 140. Super. Ja. Das sind doch schöne FPS-Werte, ne? Wobei es eigentlich keinen Unterschied macht. Also, hätten wir jetzt 70 FPS, es würde sich genauso anfühlen. Also, von daher ist es eigentlich Latte. Fakt ist, es läuft flüssig. So. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es Ansagen gibt. Zeitansagen. Oh, so ein Aufgang. Schön. Schön. Ah, herrlich. Das ist schön. Das ist geil. Das gefällt mir. Ich glaube, ich muss die Ansagen selber sprechen. Könnte das sein. Oh, man. Nächster Halt. Steinbach. Ah, okay. Nächster Halt. Oberursel, Weißkirchen, Steinbach. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Sie kann es besser. Ja. So. Na, ich hätte vielleicht... Ja. Müssen nur nachher wieder pünktlich zurück sein. Ich fahre mal nach Oberorsel. Bad Homburg. Bad Vilbel. Gibt es nicht Oberorsel? Boah, ist das peinlich, ey. Das ist peinlich. Aber Frankfurt ist doch nicht vor uns, oder? Hauptbahnhof? Doch, oder? Friedrichsdorf. Wieso gucke ich nicht vorher drauf? So, jetzt haben wir es aber. Meine Güte. Wieder dumm angestellt. Das geht gar nicht. Nächster Halt. Oberorsel, Stierstadt. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ich weiß gar nicht, ob die Ansagen auch in der Realität sind. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wenn, dann haben die dieselben Ansagen wie in München. Weil ich meine... Warum geht die Tür nicht auf? Will er nicht. Egal. Weil ich meine... In München... Sind die Ansagen auch... Gleich. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch irren. Aber ich meine, in München hörten sie... Hörten sich die Ansagen genauso an. Aber ich weiß es nicht. Naja. Haben wir da eine Zeit? Ja, 5.05 bis 5.08. Okay. Okay. Ich habe vorhin gesagt, wir haben gar keinen Fahrplan. Wir müssen nur unten pünktlich ankornen. Gott. Natürlich haben wir einen Fahrplan. Oh Mann. Aber wir sind pünktlich. Tut mir leid. Oh Mann ey. Ich stelle mich halt wieder dumm an ey. Es ist unfassbar. So. Ich würde gerne die 1000 Hertz weghaben. Wir müssen ja 5.05 Uhr da sein. So. Halt erwarten. Nächster Halt. Oberursel. Bitte steigen Sie alle aus. Der Zug endet dort. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Sehr geehrte Fahrgäste, hier einmal noch mal weiter Hinweis für Sie. Aufgrund betrieblichen Gründen endet unsere Zugfahrt bereits in Oberursel. Fahrgäste mit dem Fahrziel. In Christoph, beziehungsweise den Folgehalbestellen von Oberursel, Bad Homburg und Solberg nutzen bitte den Zug vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ich wiederhole, aufgrund betrieblichen Gründen ist die S-Bahn-Linie 5 derzeit in zwei Teile gesplittet. Dieser Zug verkehrt nur bis Oberursel. Fahrgäste mit dem Fahrziel Friedrichsdorf, beziehungsweise Bad Homburg und Solberg nutzen bitte den Zug um 5 Uhr durch den gegenüberliegenden Bahnsteig. Wir bitten dies zu entschuldigen. Hatte die jetzt angelegt, die Feststellbremse? Gut. So, Instrumentbeleuchtung aus. Naja, Rollo haben wir ja nicht. Schade. Aussteigen. Und jetzt müssen wir Rödelheim schildern. Rödelheim, genau. Und machen jetzt Kopf. Hier gegenüber die S5 nach Friedrichsdorf. Und hier Frankfurt, Rödelheim. Beziehungsweise S6 nach Kurskab. Oh, mein Gott. So. Ich hab das Gefühl, ich stell mich heute echt dumm an, ne? Irgendwie hab ich das im Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hab ich diesen Eindruck. So. Ja, da haben wir auch gleich eine neue Scheibe, ne? Man sieht den Unterschied der Scheibe. Das ist herrlich. So, lösen. Türen schließen. Ist jetzt geschlossen? Ne. So. Gut. Gott. Das ist aber in echt auch ziemlich straff, ne? Drei Minuten für Kopf machen. Respekt, ne? In der Realität ein bisschen schwierig, aber gut. Was soll's, ne? Ich mein, im TS kannst du ja machen, aber in Real Life würde höchstens dann die Meldung kommen, Verspätung aus vorheriger Fahrt. Als Begründung. Obwohl man pünktlich war, das ist bei uns auch so. In den Zügen der S-Bahn-Rhein-Main gilt nach wie vor die Pflicht zum Enttrag einer medizinischen oder gleichgültigen Maske. Bitte tragen Sie diese über Mund und Nase und nicht in irgendwelchen anderen Konstellationen, wie beispielsweise über Ihre Augen. Sollte das passieren, dass Sie diese Vorschriften nicht einhalten, versprechen wir Ihnen ein gratis All-Inclusive-Paket. Einmal die Tür hinaus und werden von der Fahrt ausgeschlossen. Vielen Dank, Vero, mithilfe und eine Abnehmerin. Genau, ne? Das waren die alten Zeiten, ne? Deswegen haben wir noch quasi Corona-Ansage, ne? So. Nächster Halt, Oberursel, Stierstadt. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Genau. Normalerweise eigentlich rechts, aber ne, geht ja nicht. Das geht ja momentan nicht. Habe ich jetzt Fernlicht an? Ne. Sieht nur so aus. Haben wir Abfahrt? 5.11 Uhr. Passt. Passt. Ah, schön der Sonnenaufgang. Wunderschön. Aber, sympathisches Szenario, kannst du echt nicht meckern. War bestimmt in der Realität wahrscheinlich ziemlich stressig, dieses Hin- und Hergebände. Kaum Kopf. Nicht so viel Zeit fürs Kopf machen, ne? Falls man jemanden im Hintergrund hört, das ist gerade Cookie. Der hat seine 5 Minuten. Dann. Ich würde mich noch mal machen, wenn wir sie verliehen. Mein Mann ist alles gut. Ich würde mich jetzt nicht beenden. Wenn ich mich jetzt um die Rücken lassen. Und dann. Ich würde mich jetzt mal machen. Ich würde mich noch mal aufpassen. Aber ich würde mich nicht mehr an raus. Schuss, dass ich mich noch mal aufpassen. Und jetzt drehen, da muss ich nur aus. Nächste Halb, Oberursel, Weißkirchen, Steinbach. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Ist schon ein geiles Fahrzeug. Auch wenn das Szenario leider ein bisschen, ja, nicht lange geht. Weil es ist halt ein Fahrzeug, das ist einfach top. Ich glaube, ich gucke mal, ob man nochmal ein paar schöne Aufgaben findet für die 423, wo wir eine längere Tour fahren. Da kannst du echt nicht meckern. Aber sonst, top Szenario. Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Äh, 5.13 Uhr, okay. 5.18 Uhr, Ankunft in Rödelheim. Ah, guck an, das Signal ist auf Halt gesprungen. Da drüben. Oder war es vorher schon auf Halt? Ich meine, das war, glaube ich, noch auf Fahrt. Ich weiß es nicht. Hm, wer weiß. So, nächster halt, Frankfurt Rödelheim. Der endet dann wieder die Tour. Und dann geht es quasi wieder zurück nach Oberorsel. Ich glaube, in Rödelheim hat man wahrscheinlich ein bisschen länger Aufenthalt. Denke ich mal. Aber sonst farblamäßig top. Ne, also, keine Verspätung. Läuft. Gut gemacht, der Fahrplan. Ja, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Über einen Daumen nach oben. Und natürlich auch über Kommentare. Ne. Wie ihr so das Video fandet. Gibt es irgendwelche Verbesserungen? Habt ihr Szenario-Wünsche, die ich mal aufnehmen soll? Immer gerne in die Kommentare schreiben. Und, ja. Ansonsten, wie gesagt, Top-Aufgabe. Auch sympathisch vom Zugchef, der gesprochen hat. Ich sage jetzt einfach Zugchef. Und natürlich auch die Ansagen-Sprecherin, wo ich meine, das wäre auch in München so. Aber ich kann mich auch irren. Aber ich meine, das hört sich genauso an. Aber gut. Ne. Wie gesagt, Top-Aufgabe. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mal wieder Lust habt, auf eine 423. Einfach in die Videobeschreibung gehen und dort könnt ihr das Ganze dann herunterladen. Nächster Halt, Frankfurt-Rödelheim. Bitte steigen Sie mal aus. Der Zug endet dort. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Sehr geehrte Fahrgäste, aus betrieblichen Gründen endet derzeit die S-Bahn-Linie 5 in Frankfurt am Main. Rödelheim. Fahrgäste mit dem Fahrziel Frankfurt am Main Süd, beziehungsweise Frankfurt Hauptwachenhof. Die Frankfurter Innenstadt, beziehungsweise Ostdeinstraße, Europäische Zentralbank. Nutzen bitte von der gegenüberliegenden Bahnsteinkante auf Gleis 3. S-Bahn-Linie 3 in Fahrtrichtung Darmstadt Hauptbahnhof, sowie S-Bahn-Linie 4 in Richtung Langen. Ich wiederhole, aufgrund betrieblichen Einschränkungen auf der S-Bahn-Linie 5 verkehrt dieser aktuell nur zwischen Frankfurt am Main-Rödelheim, Oberursel, beziehungsweise Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf. Fahrgäste mit dem Fahrziel Frankfurt am Main Süd, beziehungsweise die Frankfurter Innenstadt, sowie dem Frankfurter Hauptbahnhof. Nutzen bitte von Gleis 3, gegenüberliegende Bahnsteinkante, S-Bahn-Linie 3 in Fahrtrichtung Darmstadt, sowie S-Bahn-Linie 4 in Richtung Langen. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und um ihr Verständnis. Der Ausstieg für Sie in Frankfurt-Rödelheim, dort in Fahrtrichtung rechts. Also, ich möchte jetzt nichts sagen, aber... Ich habe schon auf Rot geschaltet, deswegen ist hinten Herr Weiß. Aber... Ich glaube, keine 50 Ankündigungen, ne? Also, irgendwie... Joa... Also, mit 100 hat es zum Glück noch geklappt. Aber... Heute habe ich mich erschrocken. Aber irgendwie... Vielleicht steht es auch in der Readme und ich habe es nicht gelesen. Aber irgendwie hat man hier beim Streckenbau anscheinend nicht nur ein Signal vergessen, sondern auch, äh... Ja... Ja, man hat einfach ein Signal vergessen. Stattdessen hast du ein Zwerg-Signal. Normalerweise müsste man ja eine 50 Ankündigung bekommen und dann hier mit 50 rüber. Ja, ne? Und ich meine, wären wir jetzt mit 50 kmh gewesen, dann hätte sogar noch die Ansage gepasst. Weswegen wir ja quasi während der Ansage noch am Bahnhof stehen. Alter Fall, da habe ich mich erschrocken. Gott sei Dank. Aber hey, wir sind gut angekommen. In Frankfurt-Rödelheim. Und... Ja... Wir machen hier Feierabend. Der Kollege übernimmt dann und fährt dann zurück nach Oberursel. Und, ähm... Ja... Ne, ich habe mich erschrocken. Wobei hier steht ja 50 drauf, ne? Also irgendwie hat man da ein Signal vergessen. Beim Streckenbau, ne? Wofür ja der Szenario-Bauer nix kann, weil... Ja... Wird der in der Realität dann auch so gewesen sein. Sonst werden wir ja auf Gleis 1 enden. Quasi. Gut gemacht. Das Szenario endet hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gruß, Trennefe. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. War ein schönes kurzes Szenario gewesen. Also mit 25 Minuten. Ähm... Gerne nochmal. Und, ähm... Ja gut, das mit dem Signal jetzt... Mh... Ja, ich denke mal, da ist in der Realität sehr höchstwahrscheinlich ein Signal. Ähm... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einfach nur ein Zwerg-Signal ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ein Zwerg-Signal kann dir jetzt nicht sagen, halt stopp, da sind jetzt 50. Ja, also... Ja, das Gute ist, wir sind nicht entgleist. Das ist schon mal das Gute. Und ansonsten, top Szenario. Auch wenn ich mir wieder ein bisschen Lust war mit der ZZA. Ich hätte sie einfach so lassen sollen. Aber daher musste man wieder rumspielen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Lasst doch gerne mal eine Reaktion bei dem Szenario da. Ja, das ist auch dann quasi was Schönes für den Szenario-Erbauer. Quasi, dass er weiß, okay, dir hat das gefallen. Ich meine, es gibt viele Leute, die nicht gern schreiben, so wie ich manchmal. Da ist auch eine Reaktion auch ganz praktisch und gibt auch quasi Support. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Trainsum-Latter mit einem weiteren Szenario. Und ja, was bleibt mir anders zu sagen, außer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Trainormsie.TV Ciao. Ciao. Ciao.